Fabian, Nick und Pikito Loco. Ich lade euch alle ein. Kommt du bei uns zusammen, wir sind alle schon da. Leute, wir zocken heute das Pop-Up-Turnier. Ja, dieses Architekt-Pop-Up-Turnier. Kann man nennen, wie man will. Soll ich mal ein Video als Links melden? Muss ich mal irgendwo ein berühmtes Lied mal abspielen. Soll ich mal machen? Ja, ok. Deck im Verloss. Komm mir nicht ohne mein Team. Hey, das dürfe ich aber abspielen, weil das mit dem Bass boost ist. Weil du hast keine Dings hat, also das ist Rösen-Remakes dürfe ich abspielen. Rösen-Remakes dürfe ich ja abspielen. Ach ja. Komm mal raus, Pikito Loco. Pukito Loco. Entschuldigung, Pukito Loco. Wir werden jetzt hier so ein paar Pop-Up-Turnieren. Ja, heute Abend ist Pizza. Jaaaa. Bedeßt, ne Möge auf dem Geld. Puh. 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 Kuchen die Idee da sind wir mal schon in den Hengenkleider viel geiler Prozent das Lied das Lied ich weiß was mir liebt die schon abstehend bei im Konferenz Spitzers auch noch was ist eurem Westen Spitzers ich bin ein paar Dinge ich weiß ich weiß was beim was was nicht will beim event abspielen ich weiß jetzt schon ich habe noch keine skins mit dem habe mit wenn bin ich eigentlich übertrieben wo das in der spiel nein nein ich habe einen schnitz auf dem oder wird in einem winchester einfach leute wisst ihr aber was ich nicht verstehe nimm ja der fort ein eigentlich so ein bisschen zum erfolg gebracht hat den haben sie nur spitzhockey geben marshmallow der jetzt mitten im jahr ein paar turniere gewonnen hat der hat direkt skin tanz und so bekommen dass sie das dass sie werden die beim event natürlich remix auch natürlich werden von marshmallow ja leute guckt auch mal bei fabian vorbei falls ich nicht leicht bin dass er auf jeden fall live guck mal hier mit schmeckung zu weinen das spiel ja das kenne ich jene das ist schon ein das spiel ja dort leute leute dadurch dass wir gehen wir gehen hier ja alle tötet alle tötet das spiel ich hätte schwarzer ritter bekommen können aber da war leute ich habe mitten sieben zwei angefangen hätte ich durchgesuchtet hätte ich diesen mal hätte ich mir schwarzer ritter noch holen können aber ich habe mir erst mal gedacht guckst erstmal wie das spiel ist halbe siezen lang habe ich halt geguckt wer spiel ist und dann gegen die suchterei los bis diese sechs und dann ne bis sieben sind sieben habe ich durchgesucht wenn jetzt jemand den luftballon geklaut der jetzt ehrenlos ist bitte direkt welchen luftballon diese luftballon sind die beiden erzählen ey komm mal schnell zu mir ja mein wo landet ihr also ich bin hier oben gelandet ich wollte ich glaub ich hab' Baby ihre Luft ihre Luft bei mir ist ein gegner das ist ein tryharder der hatte nie gegendet das ist ein tryharder digger Leute deswegen hört mir mal bitte zu ja gut Fabian wenn ich jetzt komm bringt das nichts Fabian hab das nicht mit uns mitgekommen bist ey ich bitte digger kein fox spiel du weil du nicht bei uns mitgekommen bist oder was Fabian du bleibst hier ich hab' Fabian alter dann musst du mal auf uns hören dann musst du mal auf uns hören ich hab' zu euch allen gesagt geht mal bitte ein bisschen ja ich glaub' ich bin noch nicht aufgaben fertig bekommen was geht auch noch aus sieben solchen tagen weißt schon das kannst du immer noch machen ey aber guck mal hier kriegt man den huwax guck man aber egal 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 guck man wenn man gewinnt bekommt man einen b-box keine ahnung weiß ich jetzt nicht rein weiß ich nicht direkt und bevor ich jetzt als Fallschuss sagt halte ich mich mehr aus eurem Streit raus guck man ja oben liegt einer diese marshmallow ist gar nicht mal so geil irgendwie geht der Ton die ganze Zeit auf die Nerven wenn das die ganze Zeit verbunden macht ja wo oben ne komm mal zu mir ne komm mal zu mir bei mir ist ein Biggie für dich und ein smg ja ich guck gib Nick den Biggie weil er hat ja verbunden hab ich doch gesagt ich will ja jetzt nicht sagen aber tut mir wirklich leid dass ich euch angeschissen habe weil naja ich hab noch einen Slur und ja ja ich weiß nicht warte wo war ich zuerst im Haus hier drüben meine AR drin hier drüben meine AR glaube ich hier warte da hier liegt naja bei mir liegt naja bei mir liegt naja bei mir liegt naja ja ich hab schon eine leute um ich hätte ein jump pad aber das sehen wir jetzt zur not auf wir laufen um wir laufen zone kommt mit Bruder laufen ja Beckham komm lass verpissen mit quatsch komm schnell aber quatsch können nur 2 drauf komm schnell komm Beckham komm der Typ ist da Beckham 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 was bringt da unten liegt ne grüner AR da und hier unten liegt ne grüner AR ich hab so meine Leute das ist nicht cool wenn ihr so wegläuft weil wenn ihr wegläuft und dann kommen Gegner Leute hört mir mal bitte steig ein Wallah steig ein Beckham wir machen wir machen wir machen jetzt ohne ach du scheiße ich glaube ich bin besoffen fahr bitte ordentlich wir tanzen wir tanzen wir klatschen einfach nur ich habe tanzen von jubel stimmung von mello stimmung nein du musst es öfters machen das gibt es äh 3 oh Leute ich habe das besseres gefunden Leute aber erst looten oder gibt es nichts zu looten bei ich bin clause ich habe dann einfach Angst hast du Leute eigentlich 実 schwach das Willkommen zu Nix Airpods. Wir werden heute mal in die Zone fliegen. Allzu neu. Wir gucken nach Gegnern. Hier Gegner, kommt alle her, Alter. Kommt her. Hier. Scheiße. Leute, hier hinten sind noch vier die. Lass mal hier in die Häuser. Hier zu ihrem Flugzeug. So, Tocke. Lande! Oh, jetzt auch. Oh, fängt man. So, unperfekt. Tocke, ich pucke noch nicht. Nein, ich kann ihn nicht. Was schon aufschüttetum. Ja, Mann. Klar, wir haben verlassen, wieso? Internet vielleicht. So, weg in die Nähe von Vicky bei mir. Wo? Komm, gönn dir, weg in. Hier unten bei mir. Warte, guck auf, der ist jetzt immer noch so wie ich. Und, okay, ich denke, wir werden wieder. Oh, wo? Ja, nach unten. Oh, lecker. Weck auf. Bumble, lecker, 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 bumble, lecker. Beckham, Beckham, weck auf. Weck auf. Lass den Tank mal. Ich habe mein eigenes. Da drüben, da drüben, da drüben, da drüben, Leute, hier drüben. Eine hat einen Dreiziger. Beckham, bitte, du musst du ausziehen, Junge. Ich kann dir reden. Beckham, Alter, du bist so ein Vollfass-Small-Lock. Beckham, Beckham, Beckham. und jetzt helfen wir hängt man ich hab mich nicht ich hab mich nicht ich hab mich nicht Deiner holt's ab, ne? Bitte hilf mir Ich geh nicht Leute, nicht runterpuschen Meine Besucher, Junge, ihr seid zu ehrenlos Er findet Er findet, ich hab nur gepumpt Ist auch zu ehrenlos Wo sind die? Im Wald Wo? Wo? Und wie soll's ein Schwitzer sein? Na, das hat man ja gesehen Hä? Hat man richtig gesehen, was für ein Schwitzer du bist? Ich? Hä? Hm? Ja? Hat man richtig gesehen, was für ein Schwitzer du bist? Ja, hab doch gesagt, dass ich ein Schwitzer bin, nicht ich Ja Du hast schon einen Fick Du hast Anita-Agentin Und Anita-Agentin ist ein Schwitzer-Sinn Ja, und ich hab aber gesagt, dass ich schon lange nicht mehr gezockt hab Hast du gar nicht gesagt? Nein, hab ich gar nicht Sogar am Anfang geworfen, den ich gestartet hab Fabian, komm bitte rein Ja, wie denn? Ich kann nur mit euch reden Nein, komm rein Nein, komm rein Wie denn, Junge? Ich bin am PC, versteh du das? Mach's nur Ich muss ein neues Fun-Name machen für morgen Hast du mir erst zugeschickt? Rockstar, Rockstar, alle lieben Rockstar, Rockstar ist ein schönes... Äh, äh, getränk Rockstar, alle lieben Rockstar, Rockstar ist ein schönes Land Weil's auch voll Land ist Rockstar, Rockstar ist ein schönes Land 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 die Schilder ein die Schaden waren bei der Ski Leute 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 kommt mal her aber nicht reingehen nicht reingehen ich hab mir da war dort hat warte ich guck wieder wie das ding ist wie dieser code ist leute alle tanzen ja spielen und der scheiß gegner was habt ihr gemacht kein spiel starten kein spiel starten nein wir haben jetzt nicht erzählt mit von monton was das startet also ich habe ein lama gefunden hmm hey he both you no ma la ma la ma is cool Oh äh die lösen mich aus weg im wettnis jetzt shoppen nein letzte falle mann letzte falle ich hab das ding da ist das ding mann ja ich komme zurück eigentlich hätte ich es geschafft aber egal let's go back und kommt er kann verpüßt sich kamer jordan dann komm an meine party du auch komm an jordan ja komm an meine party ich bin nämlich was informieren wir verlassen die 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 ne sniper map oh mein gott leute kommt mal bei mir in die map hier ist sniper map leute kommt mal bei mir leute leute fabien man kommst du wieder piquiti loko ja kann man bei mir in die map das ist ein sniper map handkanone also der seit dieser das richtig geil versprochen kommst du den schritt denn ich hätte mein hbhb so ist anmachung komm mal zu mir warte ich gehe noch mal auf spielbänden ok ich komme zu dir dann ja komm jetzt gehe aufs ding es tritt bei mir bei so ein hami ich habe ja kurz da ist das brav ich habe einen lüfton 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 gleich holl Warte, kann ich dich hüten? Das ist mein HB, HB 5 Schrohall 6 27 28 28 29 29 29 Also sei du, lieber Reise, wenn ich weiß, dass du mein Titan... Pico? Piquito? Pico? 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 Nein, Leute, komm, wir holen ihn uns. Jetzt reicht's. Er hat ein Kilo oder so. Wir holen ihn uns. 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 Den Schritt, den ich hier tut. Mein HBHB. Wir holen ihn uns. Okay. Aim. Aim. Wir holen ihn uns. Oh, oh, oh. ja leute guck ich hatte war one hit und er war two hit so balala ich sehe damals als ich noch jung war alles alles an der guten zeiten schieß leute wir werden richtig schießt schießt Ich weiß nicht, wie ich es war. Das war's für heute. Ich bin Baby Roker, also sei du lieber leise, wenn ich weiß, so wie Mike Tyson. Meadow, Meadow kennt jeder, Fick Haydar, so wie Neymar, Teele, ich Pada, Dealer, Tamam, Fendi, Ballad, in meinem Haus wird dich ein Hammer. Mama, mach alles für die Family, du weißt. Und wenn mir Meadow rap, geht mir da, den wir zu heiß. Den Schecht, den ich hierbringe, ist mein Hobby, Hobby. Schon immer nur mein Hobby, Hobby. Heute ist mein Beruf und gleich sein Hobby, Hobby. Ich bin Papi, Gelder, ich bin ein Hobby, Hobby. Oh, Leute, das war knapp. Erre, entnommen. Ich glaube, er hat einfach das noch gemacht. Boom, Alter. Oh, Leute, ich bin ein Hobby, Hobby. Hallo, not Petrit. Das wird klar. Ich habe eins. Ja, und ich kann mir auch welche selber erstellen. Okay. Fabian. Yeah, not Patrick. Ja. Ja. Schön. Ja. Spiel zu Fortnite. Ja, dann kommt Fortnite. Kreativinsel von Pikito Loco. Ja. Hand-Kanonen-Battle. Ja. 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 Irgendwie nervts. Nee. Nein. Nein. Ja. Ist klar. Okay, jetzt reicht's. Nee. Ist klar. Ja. 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 welches profilbild wer dann Hallo Hallo Nein, nicht Patrick Da hat ihm seine Wer guckt gerade meinen Stream Ich mach mal bei deinem Stream ein bisschen Werbung Danke Ich mach jetzt mal mein Äh 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 Für mein Für mein Für Paypal Ja wenn ich davon auch was abbekommen 1 Cent von 5 Euro Wem Hauptsache Er verlinkt erstmal alle Also nicht was die Ehrenlosiger Ehrenlos Kommt dann auch Die 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 Fabian Ja Wir haben Niko schon die ganze Community offenbar gejetzt Das ist genau Das ist mein HW 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 Was ist das für eine Freundschaft Ich habe dir Mord gegeben Was ist das für eine Freundschaft Ich habe dir alles gegeben ja was dann muss ich meinen pc an machen wie dritt aus da ja weißt du wie viel ps ab wie viel ps ich habe wenn ich anfangen mit wenn ich anfangen erst mal anfangen dann geht es hier hopp hopp ich glaube ich bin ja nicht schwul du bist um 19 uhr um 18 uhr 18 uhr 2. februar wie macht man es eigentlich wenn man stream startet und dann steht da noch zwei minuten bis jetzt wieder online geht ich habe schlechtes Inlet an mir oh das war ein headshot ähm muss los bruder muss los muss los ich habe jetzt meinen blut weg oh oh yo ich habe jetzt nicht mehr das ist das ist erst mal YouTube gehen, erst mal wieder ein Depp machen so ah saftige dämt in your head in your voice in your head all we're going durch in your train in your wohnzimmer wohnzimmer in your wohnzimmer in your wohnzimmer boom 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 ich schieße dich boom 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 ich bring dich heute um 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 um schon die becken boom 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 ich bring mich heute um bring mich heute um bring mich heute um als ob der schon wieder das bohren wasser Ja. Okay. Let me open this. So. Up. Come on. I'm getting in. Oh, dear. Ah! Leute, ich verbreite immer erst Schrecken. Bevor ich die Angst verbreite. Weil meine Angst... ich stelle den ganzen tag im wohnzimmer und ich muss meine rolle gleich darunter man das war jetzt schnell ich stelle mich jetzt hinter Komm herr! Komm herr! One tap! hey ich habe ihn leute ich habe geschossen ich schwöre auf ein ganzes leben ich schwöre was hat tit hier für ein gutes aim teats ja im make your way ja mann ich will auf fortend kommen ich will auf fortend kommen nein ich bin da wenn wir auf fortend kommen ja schick mir aber erst das video please zu du musst mal weg sein warum sagst du mir jetzt hey ich zeige die weiße aus ja scheiß egal ich schick mir morgen ich zeige das aus hey du gehst du auf meinem video soll ich dein designer sein ja 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 montag der ist alles zurück in der schule und Like gegen die 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 Hallo? 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 Hi Das war mein PC Dankeschön Tickt er sich da hier drin? Ja Moin Ui Hat den Aim Leute, der hat diese Kanu und ich mir auch kaufen wollte Er hat nicht genaues Gold Hm Hm Kurz aber schmerzlos Genau, ja, genau, genau Ich drück aus, genau aus, weil die 5 von der PS Wo sind sie jetzt? Wo ist der erste schon? Von hinten? Jo 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 republic Jo ja warum habe ich keinen einzigen tuff er geht darüber ich drücke alles klar weil ich meine lütze ist ich meine lütze ist beste biet ja brah mach mein biet dann ja Alter, was ich gerade bin, ey, dann um da war ich bin gerade newton map da war so ein freund der ist auf mich zugesprungen ich gebe den innen der luft den 200 er kommt mal raus lassen oder du spielen bitte da war ich bin gerade da war ich bin gerade Da kommt der heute an die Handkannone raus, Leute. HÄH? ich bin ein bursch leute wir werden ihn mal anrufen ich bin ein bursch geht einfach bei mir bei ich will eine waffe hi sag mal dem stream hi du bist gerade live im streamen auch mal wieder kann nun eben ist ja mal schock küsse natürlich die machte und muss auch noch AHH Fabian wird direkt gesenswitscht Alter wo ich dir diesen einen Headshot in der Luft gegeben hab alter der war auch nice Hey ich saß letztes in der Nacht in der Nacht Oh Fabian Irgend los Fabian Du kommst rein und kriegst direkt den Headshot Komm wo bist du jetzt Tietz Komm wo bist du Ich fahr mir auch scheiß mit dem Headshot Warum Ich bin gerade weil die sind Diederhaus Diederhaus Komm Fabian wo bist du Beim Haus Wie hast du Sag mal wie hast du die Dings bekommen Die Verbände Du hast dich doch gehealt Ey komm mal kurz Ich zeig dir bei dem blauen Haus Robin darf ich dir Adios Yout streaming Absolute Bild W Им Du kannst dich abhauen ich bin ein buch Alter, du hast diese Tarnung, die ich haben will, die ist geil. Heißt die, äh, heißt es kalt? Ja. Alter, ich bugge hier rum. Warte, ich helfe dir. Fabian, hi. Ah! Ey, ich finde die Map voll geil. Alter, wir haben uns gleich. Ja, ich kann dir den Code senden. Und den hat, äh, das hat Epic Games auf Instagram. Leute, guckt auch mal bei Instagram auf, bei Epic Games vorbei. Die, äh, manchmal tun die einfach so. Manchmal veröffentlichen, veröffentlichen diese, die diese Code von geilen Maps. Ui, verwehren. Fäscher, brusch. Junge, seit welcher Scheiß-Season spielt der, bitteschön. Seit welcher Season spielst du? Zwei. Ja, zwei. Also, er spielt fast genauso lang wie ich. Kein Sohn. Ja, mein. Belastend. Komm, Fabian, wo bist du? Ja, mein, ich bin runtergegangen und hab geschossen. Ich hab so einen richtigen, Dingsschritt gemacht. Leute. Red mal. Tietz. Fisch, vor allem, Achtel. Ja, mein. Warum höre ich mich doppelt? Also, meine Headset hat so eine Funktion, aber da höre ich mich jetzt halt doppelt. Aber irgendwie höre ich dich nicht. Ja. Alter, ich komme jetzt auch aufs Haus. Ja, mein. Aber erst mal. Was ja nie an mir ist. Oh. Headshot. Achtung, du wirst du kommst, dieser EZ-Video. Genau in diesem Moment, wo ich geschossen hab, du EZ-Loser. Ich bin nicht ehrenlos, ich kann's halt. Gibt alle nur an, Digga. Ihr seid einfach nur scheiße, die 12 Spieler. Hab ich dich noch getroffen, Fabian? Nö. Nö. Ach, du, der steht hinterm Kühlschrank. Er gibt mir den Headdy, Alter. Hat der dir auch den Headdy gegeben? Fabian, Hex aus. Fabian, Hex aus. Nein. Jetzt muss ich ja vor der EZ-Sticker. Jetzt war es ihm gerade so gut. Fabian, das ist so, dass kein Handler ist. Jo. Wow. Alter, zu Glück, wir haben aber direkt den Headshot. Aber direkt. Alter, meine Brüder wird von meiner Nase. An alle Hater, Digga. Hey, Rumpel, wenn du, wenn du tanzt, bei der Leute. Rumpel, tanzt, 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 tanzt. Ja. Nee, das ist mein Nachbar. Das ist der, der, ähm... Das ist der, der, äh, bei der Straße da immer steht. Der, bei der Straße da immer steht. Nein, da steht nirgends von, jemand bei, bei irgendeiner Straße. Ich find diese Marshmallow Pickaxe irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht. θα' Pretty solid war's, ja. Im Jordi, ich, ich find' das, der Herr, die hat so viel nach, für einen Scheißpaarst gesteckt. Oh, Junge, mir schreit's die ganze Zeit nie, Mann! Jetzt kommen die Ausreden! Digger! 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 türen dann ist er hinter mir wieder durch die tür gelaufen haben wir auf deine hexern zu machen ich habe das alle alle auf aufnahme ich möchte gleich vor allem weil du so nichts kannst denn nur durch seine hex kann er was sonst kann er gar nichts er hat einfach nach oben geschossen kleiner kleiner zum glück ja kann ruhig reinkommen wenn er nicht so rein schwitzt der soll ich schieß einfach nicht ich schieß einfach nicht kleiner 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 go dauert dauert Er staubt erst mal ein Güller ab, irrenlos. Yo, was für lange Treffer er trifft, jetzt mal ehrlich. Fabian, du hast doch nur Angst zu verlieren. Der war knapp, der Schuss. Ich geb ihm ein Turn-On. Fabian, wenn ich dich nie Finger kippe. Der Schuss da oben, ich bin unten. Er rennlos. Er kommt von hinten. Er sagt immer, hey Pursli, kommst von hinten, aber selber von hinten kommt Fabian. Ich bin der neue Ninja. Wie er rumcampt. Nur damit er Kids bekommt. Fabian, wie viele Kids hast du? Ich bin der zweite Scheiße. Ich bin der zweite Scheiße. Wie viel hast du, Fabian? Ich bin der zweite Scheiße. Ich bin der zweite Scheiße. Er hackt. Fabian hacks aus. Aber sofort. Hacks aus. Der zockt zwar auf PS4, aber hat sein PC daneben bei laufen, ne? Der Schuss ging einfach über mir drüber, Alter. Ich hab ihn mit der Handkanone von hier unten bis da oben in 109er-Headie gegeben. Man kennt ihn. Fabian, wo bist du denn hier? Oh, verpiss dich. Fabian, hör mal auf, abzustorben. Wie viele Kids hast du, Fabian? Nein! 17! Komm, wo ist das andere? Ich zerreiß ihn auch noch, Digga. Du mit uns zerreißen. Ich brauch nur zwei Handkanonen. Nein! Gut, dann machen wir jetzt ein 3 gegen 1. Nein! Digga, ich quitte und lösche. Und du hater den... ...hater deinen... ...Hater? Wir spielen jetzt, äh... Ehrenlos, Digga. Ehrenlos, Digga, wie ehrenlos ich respawnen werde. Einmal keine Waffe. Ehrenlos. Hä? Bist du dumm? Ich hab das Spiel neu gestartet. Jeder hat keine Waffen. Nein, ich wollte aber nicht bei der Kissen respawnen. Wollte ich auch nicht. Er muss zu nem Haus laufen, oh mein Gott. Alter, Tietz. Heute Mittag, äh... Heute Mittag, ne? Denk ich mir nur so. Alles klar. Ich denk mir so alles gleich. Ich zock schon so richtig lange. Komm, wo bist du? Ui, erster weg. Fabian! Wo bist du? Ey, warte mal kurz. Äh, mein Bruder... Keine... Geh auf, im Herzen. Geh auf, im Herzen. Ja, ja. Aber ich glaub, die werden hier wieder automatisch besitzen. Was willst du? Ja? Ey, warte mal kurz. Und wo bist du? Ich bin aufm Haus. Okay. Okay. Fabian. Wie ehrenlos, er trifft dann auch noch. Ja, wir beide aufm... Ihr alle geht... Ihr alle... Der Marschall ist auf deinem Dach, aber egal. Wir haben den Beutel. Ehh... 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 Digga, die Team einfach! Ich quitte einfach gleich. Robin, ich bin zwei Reine. Digga, die Team einfach! Verstehst du's, Robin? Die Teamen! Down. Ich komm nach Roti. Ich bin gar nicht fair. Ja und... Wo kommt denn mein Besuch? Ich bin gar nicht imies... Die Team einfach nicht aufgerbe. Nein. Ich bin gar nicht mit dem Lachen. Und da. Ich bin da. Ich bin da. Kann ich seit guter überhaupt mitgeben? Ahl! Ahl! Hä? Ahl! 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 Warum ist er niedergestreckt? Warum kann ich? Leute, er ist in meinem Team Der ist in meinem Team Töte ihn mal, töte ihn Leute, müssen wir gleich nochmal starten Wenn das funktioniert, das war bei mir auch der Bug Guck mal wie du hackst, du kannst schneller Waffeln wechseln Waffeln wechseln, wie ich Unterhosen Lass mich hin Du hast immer nur den scheiß respawnschuss, alter Kann mir noch nicht sein Wie viel Kills habt ihr, Fragma? Wie viel Kills hast du, die? Ich bin rausgezogen Ehrenlos Ehre entnommen Vorhaut entnommen Wie viel hast du? Ich hab jetzt erst gefragt Ja, ich hab jetzt meistens gefragt Sagt euch Digga, dann sag ich halt nicht, ich auch nicht Ja, 5 und du? 6 Ja, du hast ja auch richtig viele gestillt Gestillt, Digga Fabian Komm zu mir Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Ich bin los Tiet Ey, wir wollen vielleicht Lass mal ein Teamspiel oder so Die ist nur dein Spielmodus Die ist nur dein Spielmodus Der Tiet Tiet Ich 3, dir bei und ich Ochiechen Du kannst uns von bei trinken Was spiel mit den? Ja, jetzt kannst du Et Pallasen, Robin Wer ist das? Mit dem ich grade spiel und kannst auch mit ihm auch reden Sonst hängt mein Internet. Er muss ein Spiel verlassen oder was? Ja. Ähm. Tee, klack ich mal ein. Ja, klack ich mal ein. Ja, klack ich mal ein. Ja, klack ich mal ein. Ähm. A, B, T, D, E, F, G. Easy one here. Ähm. Ja. Fabian, warum hast du verlassen? Fabian. Kick den mal nicht. Fabian. Alter, meine Brille. Äh. Ja, meine Augen. Fabian dreht bei. Oh. So. Gut, ich kann mit ihm schlecht reden. Fabian. Mama ist schon verlassen. Nee, jetzt ehrlich. Ja, weil ihr mich rausgeschmissen habt. Ich hab dich nicht rausgeschmissen. Ja, lad ihn doch mal ein. Ja, dreht uns bei. Join uns nach. Ja, er hat er auf privat. Du bist ja witzig, Alter, wenn er auf privat stellt, Alter. Habt ihr auf privat gestellt? Nein, ist öffentlich. Nee, ist öffentlich. Ich bin sogar mit ihm befreundet, warte. Ja, das dauert. Ja, das dauert. Immer diese Brille viel, Mann. Und wo bist du? Du bist heute mal online, Alter. Was bückt dir schief? Warum hast du verlassen? Nicht du. Ach ja, aber ey. Ja. Was hat auf meiner Insel passiert? Äh, ja. Sieht man, was meine Map ist? Hallo? Ja. Leute, ich krieg jetzt gleich direkt Baurechte. Meine Insel. Berechtigung. Spiele an. Bearbeiten. Warte, 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 warte. Robin, warte, ich komm jetzt. Ja, dann komm. Hm. Ja, ich lege jetzt den Kreativmodus. Lade, bitteschön. Soll ich den kurz eingeben? Keine Ahnung. Och man, jetzt hörst du an wie ein Roboter. Wo soll ich rein, bei dir? Nee, hier bei... Tire davon. Nö. Ne, was macht man hier, hallo? Äh. Was machst du? Ja, Mann! Wo seid ihr? Wo hab ich denn da hin, Digga? Ich weiß nicht, was man hier macht. Ja, starten wir. Ohh. Oh... Wo muss ich denn da hin, Digga? Ich weiß nicht, was man hier macht. Ja, starten wir mal. hallo ich weiß immer was man hier machen muss hallo stefan wenn du musst hier erst ein hier bei mir bekommt man feilschaden nein ist gar nicht mehr nein war mir ein muster langlaufen ich war drüben das belastende ist bei mir ich war drüben bin aber beim letzten ding nicht weit genug gekommen ich habe alle da drüben oder ja ich will wieder feinden hallo was muss man jetzt machen nein verlassung ich habe 130 was willst du ich habe hier dass nicht nur dreimal sterben ein ich habe hier das nicht wo man danach hin muss wenn man bei diesem ding da drüben war jetzt wo muss man hin wenn man drüben war ich verkacke die ganze zeit warum denn ich springe nur die kante im hattenschwung ich habe kein ice bekommen ich habe eben kein ice bekommen ich habe jetzt ich habe das war easy hä wie kommt denn hier ruf super ich liege ja schon so zu weit tschüss fabian ich bin unter der map mein freund ich bin unter der map und kann nicht wie ich bohlen alter ich habe ihn dann verlass du gehst auf options und dann auf match verlassen da musst du aber hinkommen schön dass ich witzig bin alle hater alle hater alle hater hater alle fahr 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 ich komme vielleicht nochmal vielleicht nachher nein ich gehe zu anderen freundin mit dabei ist genau mit dabei im stream sind heute neuerdings auch john leon und wenn die band wolfie fuchs doch ich habe es doch ich habe mein stream ganz gerne gucken guck auf youtube selber ja wollen wir dieses architekt wollen wir in zwei was zwei mann seite kreativ wenn sie oder was ihr was macht ihr da was macht ihr da um was anderes machen weil parkour kann ich da ja das schön nicht in kurz weg beziehungsweise ich nehme ich mit ob ich wasser nein ein 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 ich komme zu mir ich habe ihr volums das war mein skin in ruhe wo geht die rein screenplay step von secret ich gehe jetzt zurück zum kreativzentrum ich wollte nur noch speichern unter mein dinges nein macht den reis leute kennt ihr alle cod ich kann euch davon die dings map geben ich habe die nuketown map 8 5 0 5 1 0 1 2 0 0 1 6 7 2 2 2 3 3 3 4 4 5 oh mein gott das ist das bild gelöscht du esel du gollum dann mehr ist schon der kuchenmann ich kann nicht chill bernie chill bernie nicht machen den hat das stimmt also tis ist der fron verpiss dich mal hankman wo fällt der was wurscht kind du fetsack du fetsack opfer definitiv nein ich soll mal erschaffen digga nein 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 hab ich ich hab neu gestartet war meine idee mit dem neu starten ei 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 св Aber bitte lass mich kurz vorrennen ok auf irgendein Basis definitiv nein und so an fetsack du fetsack geh doch mal weg du fetsack du fetsack der ist richtig fett dieser fetsack hallo beleidigung ich würde man kein benni bennys nicht mal julia die ich hier kenne wie kommt man dahin wie kann man überspringen sagt man ich kann die falle nicht auslösen kommen leute zeigt mir mal wie man die überspringen kann dies ist doch easy mann du trägst die fallen und menschen war und schon jetzt schlagen musste der checkpoint das noch easy sprünge ich könnte jetzt das ist der beste parkour den ich je kenne oder okay zurück zum kreativzentrum ich will machen weil ich möchte den auch haben ist mein hobby hobby ich will erst mal gucken auch dass der kreativzentrum das ist ja die alle die europäische europäische spiel starten kann wo ist der start Seid ihr alle drin? Hängen wir bis zu drinnen? Jaaa Ey lad mal früher ein bisschen die Fahrt hier hin Lad ihn mal vor und John soll ihn einladen Muss jetzt da an Ey ja du stützt Ey aufhängen wir das Sasi von dir Komm her Ach man muss da rüber Tschö doch mal ich bin am letzten Level letztens hängen geblieben du Heine Nee warte am siebten Level bin ich hängen geblieben nach dem Fallentunnel du Heine Wolle hier mal labbe Weil ich nur springen kann Weil ich nur springen kann Digga der passt vor 14 Level gell Ich bin beim siebten immer hingekriegen Ist doch so Kannst du das Ding ins Gessen war ich auch um Ja Verhoff ich hab schon Ich Na Hilfe Hör auf ich hab 20 Ap Hör auf ich hab 20 Ap Jan, rumholen, weil er überspringt, aber selber überspringen, oder was? Das, Alter. Wow, ich bin schon beim vierten. Ey, wie unfair, alle bleiben da hängen, außer ich. Benni, wartest du auf mich? Ah, du bist eh tot. Nicht ernsthaft, was passiert, Alter. Benni ist gestorben. Benni ist gestorben. Sauerpensch. Beim letzten bin ich hängen geblieben, obwohl ich hoch genug war. Muss man eine Hängekletter öffnen? Kann man bitte jemand eine auf mich warten, sonst bleibe ich da drei Jahre lang hängen. Ah, R, Mann. Boah. Dankeschön. Jan rasselt komplett. Mann, das war so knapp. Benni, du hast mich geblockt. Ich bin hängen geblieben. Benni. Naja. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! nein nein ja ich bin zu fett für dieses game ich bin abgerutscht es ist so ehrenlos oder ach wenn auch mal ja jetzt muss die falle auslösen wasser ich kann auch nichts dafür was ich bin nicht weit genug gesprungen hey Ich kann ja auch mit dem Bus ein bisschen ländlich sein. Ui. Hä? Wo muss man hier hin? Ah ja, dann schummeln wir schon mal vorbeigehen. Ey, dann nimmst du ehrenlos. Ja, dann würde er mich. Er blockt mich die ganze Zeit und dann verkackt er immer. Guck, der verkackte mal selber. Meiner springt nicht. Benni genauso. Karma. Na? Hey, ich pack den Sprung nicht. Was ist das für eine Scheiß-Map? Entweder blockt Benni mich, kassiert Karma, der hat nicht mal Eis und verkackt. Oder meiner springt nicht. Ja, weil du alles überspringst. Alter. Ich hasse dich damit. Ja. Du bist einfach nur schlecht, Leon. Und überspringst alles. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Hä? Ich bin an dem Ding abgeprägt wie so ein Gummiball. Dramatisch, yo. Kammer, du kassierst zu Kammer. Komm, kassier Kammer. Komm, kassierst du Kammer. Ey, komm, wir was anderes zocken, bitte. Diese Memphra hat keinen Spaß. Ich springe zu weit. Dann guck mal mein Stream, bitte, kurz. Und sagt mir mal, was ich falsch mache. Wenn man oben ist, muss man Eis behalten, oder muss man das Eis abfallen lassen? Wenn man oben ist. Dann. 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 muss man wenn man oben ist den kleid eröffnen wie bei wie bei dem anderen dinge leon soll mich mal bitte entstimmen ich bin zu beruf jetzt packt ich den jetzt packe ich den sprung der trotzig so eine diese map kein bock Zahn! 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 dann ja genau wegen mir alter ja jetzt bin ich zu sein warum hat eigentlich benni verlassen ich mache meinen parcours ich hatte diesen scheißparcours ich hatte diesen scheißparcours ich muss halt nur ein bisschen weiter reinlaufen rum rum Bis zum nächsten Mal. leon ja kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen ja wie bei was denn ja ich kriegte bei den sprung bei diesen drei sprungen mit dem eis vor dem bouncepad und dann packte ich es aufs baumfeld man verkackt die anderen springen ja leute ich würde sagen das war's mit dem stream ich werde es noch ein machen ich habe so ein paar tue mir